und damit herzlich willkommen liebe zuschauer zu einer weiteren folge im zweiten leib regiment heute 111 gegen das 10 der jbh unter der führung von schmidt erstmal und dann unter kuckuck mit ein paar jägern dabei ein paar kavaleristen und natürlich die infanterie aber artis der art ist dabei sind weiß ich jetzt gar nicht aber wir werden das ganze sehen viel spaß beim zuschauen los geht's keine art recht so ja wasch müssen ausgleich spielt der könne spektate wäsche sollte ausgleichen ja tut mir leid schmidt schmidt ach so du sollst dir ausgleichen wenn du raussteckst weil du führst meine volle ach so ok hm nehmen wir dann raus aah aah ist nicht dabei deckst du den erste Runde raus den der links zu mir bilden engs oh ne warte wir nehmen wir nehmen wir nehmen deckst du den rein oh deckst du den rein oh oh my god oh ist das denn die erste Runde gewesen ne glaub ich wir gewinnen ja warte deckst du den was für eine Begründung ne du bist jetzt nicht zu heute du gehst sofort rein ich hoffe liebe Zuschauer dass es nicht die erste Runde war da wäre ich jetzt ziemlich beleidigt ja ne 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 Ah, ne, jetzt nicht klar. Gleich im Laufen Linie hinter mir bilden. Rechts von mir stoffeln. Linie, halt. Oh, nicht so. Nicht so. Link stoffeln. Exiting jetzt rein. Stoffeln abbrechen. Oh, endlich. Wer ist hier hinten? Ich. Okay, sehr gut. Hier hinten ist so ein Melee. Ich bin hier. Halt, rechts oben, freies Feuer. Komm, schieß dran. Freies Feuer, Jungs. Ja. Hey, Charge. Halt. 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 Wom habt ihr denn geschossen, verdammte Scheiße? Ich hab kein Kommando gehört. Ja, das war. Weil nichts durchkam, weil ich DTS ist abgestürzt. Also, ich hab's gehört. Feuer. Ich hab gehört Feuer. Und die Zuschauer haben's definitiv auch gehört. Die Zuschauer ist definitiv auch gehört. Also, von daher lag das bei euch. Oh, leil. Nee, ich hab nicht schon vorher ausgedrückt. DTS ist abgesperrt, deswegen. Naja, warum hab ich's dann gehört und ihr nicht? Hä? Vielleicht, weil du der Hass bist. Nun, ist klar. Die Linie rechts von mir, ausführen. Gib dein Internet-Provider die Schuld. Rechts von mir. Ich sag, die Linie rechts von mir ausführen, Herr Schöpfen. Alter, was ist los? Alter, rechts! Ey, was? Seid ihr behindert, Mann? Die hören das, glaube ich nicht, oder? Nee, die hören das, glaube ich nicht. Nee, die sind auch nicht wieder da. Es wird entspannend. Auf dem 5. Der ist. Okay, ich hab die IP nicht vergessen. Jetzt kommen sie wieder. User entered your channel. Ah. Wunderbar. Ah, okay, können wir jetzt weiter machen. Ich hab mich bewundert, was los ist, weil wir mitten im Charge... So, jetzt habt ihr den Charge trotzdem gewonnen. Ja. Wir haben nicht geschossen. Werd, weiter geht's. Weiter geht's? Ah, okay. Nix um, wieder am Arsch. User entered your channel. Boah, ey, ich hab voll den Armfallen bekommen, wie ich geschossen hab, ey. Ich hab geschossen. Ja, das haben wir erst zu schwitten. Ja, dann ins Rohr. Ah. Probleme? Probleme. Liebe Zuschauer. Das kann ja mal passieren. PTS. Nimm Staffeln. Wir wollen... Wir wollen... Wir wollen... Es gibt's kein PTS. Ich muss nach der Runde leider... Das heißt, dass du nicht reden sollst. Okay. So, Staffeln abbrechen. Den Hintermitteln. Abbrechenrecht. Okay. Abbrechenreif. Welche Abstände? In der Linie. Auf geht's, Kameraden! Machen preußischen Hinterhalt. Kettmarsch! Ja. Kettmarsch! Hier der... Linie! Halt! Links im Pressfall! Halt! Ja, Alter! Er hatte doch blöden Winkelschmitte! Ja, da hatte ich blöden Winkelschmitte! Rechts oben! In der Marsch! Ähm... Hättest du jetzt ein Befehl geben müssen, zwei Linie halt links im Pressfall, hättest du die Sache gegessen gehabt. Ja, aber der ganz hinterher Teil, da war er noch nicht weg, deswegen wollte ich eigentlich einen Kehrt machen, aber... Können wir... Können wir einen Gefeilen tun, Schmidt? Äh... Ohne dass du mit dir an die Karre fährst? Rechts auf Marsch! Kug... Kugug bitte führen, die Runde! Nein! Links auf Marsch, meine Marsch! Linie... Halt links im Pressfall! Ähm... Da ist sie! Bleibt auf dem Berg, geht nicht runter! Bleibt auf dem Berg! Geht nicht runter! Bleibt auf dem Berg! Oh, entschuldige bitte! Wir kommen, halt durch! Pass auf, von hinten kommen zwei, Achtung, die zwei da unten! Hinten! 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 Hinten euch! Na gut! So jetzt wird es sicher runter spielen! Auch ein Petron... Ich hab die Runde noch mal gerettet, ey! Die Die Offensive war ok Schmidt, nur die Befehle kamen nicht. Die richtigen, sorry. Nicht böse gemeint. Ne, ne, verstehe ich auch nicht böse. Linie rest von mir bilden. Wirkt an. Geht, Feuer. Keine Seite, nur Freistfeuer. Nur Freistfeuer? Ok. Ja, Freistfeuer. Hab ich den aber innen... Ui, Linky nicht rauskrab. Ja, hab ich den in den schlechten Winkel. Freistfeuer einstellen. Links um, Minimarsch. Auf die Entfernung ist der Winkel völlig egal. Nichts für mich stoffen. Stoffen abbringen. Also abbringen. Linko, Linie. Linie alt, rechts um, Freistfeuer. Abbringen. Oh weh. Erste, wenn wir laufen, müssen wir nicht mit. Wenn wir umgeschossen haben, müssen wir nicht mehr sehen. Ok, rechts. Merk gleich intelligent aufrücken. Ich bin doch vorne, bei dir. Weißt du ja? Lass euch Zeit. Denkt dann an die Schultern. In dem Fall auf dem Brustkorb. 21, 22. Nicht länger. Rechts um. Aufrücken. Links um, Minimarsch. Abbrechen. Linie. Halt links um, Freistfeuer. Abbrechen, rechts um Minimarsch. Schmitt, wenn du siehst, der Gegner bewegt sich weg, brauchst du auch nicht mehr wieder zu schießen. Ja. Links um, Minimarsch. Linie links um, Freistfeuer. Wenn du das ein würde, du siehst, Pushing. Linie Seite Pushing, kommt schon! Linie Seite Pushing! Ihr seid zu weit weg vom Gegner. Abbrechen und mal im Grab wieder bilden. Ich komme. Aufpass auf die Seite. Für das Vaterland! Doppel die Sicher weg. Ich blocke. Ich muss nicht so lange rangehen. So lange rangehen. Spiel dem Team, Jungs. Jeder eine kann in der Leule. Jetzt fokussieren wir erst auf einen. Sehr schön. Jetzt doppel den. Einer unten, einer oben. Kommt schon. Oh. Kommt, ich sehe den. Das machst du. Kör r制utieren und die Sanfte sind wo enorm. Kommt, ich sehe ned. Kommt, ich sch愿 Nicee. Kommt, ich container fertig. Kommt, ich möchte wuer holding, georg. Kommt, ich schmer es verwende. Auf dem? Kommt, geht's. Kommt, wir brauchen ein tisch. Kommt nach oben. Bleib ruhig, deckst du dich, mach keine Fehler. Ich hab gewollt, deckst du dich, bis du meinen Chamber machst, ich weiß ja, ob er reagiert hätte, aber gut, ich hoff Hochdruck, ey, aber gut gekämpft, fäng dich, fäng dich, und jetzt bin ich noch mehr Soldi, toll, ey, Leute, es ist in der Angst, Mensch, jetzt bleib fluffig, und jetzt seid ruhig. Ja, 2-1 für uns, gute Runde vom 10. J. Bär. User disconnected from your channel. Was ist jetzt los? Räger in der Ahnung. Bist eine 200-Zahl. Vielleicht wäre da keine Säuse, Jodok aufzumachen. Gefällt mir jetzt aber nicht, wo stehen denn die? Rechts. Von rechts. Rechts. Von uns hinter dem Hügel. Die laufen. Achso, da. Preußische Faust auf rechts. Rechts von mir. Rechts von mir. Bilden. Freisfeier. Das ist doch nicht wahr. Jetzt bin ich außer, jetzt nicht. Hast du schon geschossen, Friedrich? Nein. Hab ich nicht. Auf dich. Ähm, Schmidt, du merkst, die sind im Fernkopf überliegen, ne, als hier? Ja, ich werde gleich überlegen, rechts rum. Mir noch. Marsch. Die ist schon auch leicht, ey. Hättest du jetzt weiter gestanden, hätten wir mehr Verluste einkassiert und da hätten wir dann bestehen müssen. Ja. Also hätten wir uns nicht wegbewegen können. Rechtsstoffen. Abbrechen. Abbrechen. Wer steht hinten? Ich. Okay. 5-2 für mich. 5-1 Hauptschkopf. Und 5-2 Q. Schlecht der Specht. Soll ich uns zusammenspielen? Habt ihr auch noch keine Schüsstuelle? Also beim Schießen. Rechtsprosch. Rechtsprosch. Links raus. Und du kannst reinschießen. Links zurück. Links zurück. Oh mein Gott. Links zurück. Genau. Rechts pusht, rechts pusht. Links zurück. Links zurück. Links zurück. Raus nach rechts zu gehen. Ja. Wer ist der eine? Der eine hier? Der eine hier links nicht aufspüsten lassen. Nicht absplitten lassen. Versuch keine Duelle mit denen. Versuch da rauszukommen. Komm, spielst du dir sicher. Ihr könnt das. Ich hab noch einen. Sehr gut. Blocken ja spammt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Schmeckt jetzt kannst du aus den vorigen Runden lernen. Und dementsprechend passiv auf vorgehen. Für you? Ja. Mann, leg auf. Schmeckt. Achso, wollt ihr nicht ein Balancen? Nö, passt doch. Naja, ok. Demonstration switch. Achso, ok. Ok, ja. Ich hab die Balancen trotzdem. Aber das ist halt ein bisschen gehindert, dass wir ins Tal rein müssen. Du musst eigentlich ins Tal rein Schmitt. Rein theoretisch. Du kannst unterstehen bleiben, aber warte bis sie zu dir kommt. Rein theoretisch. Praktisch ist das wieder eine andere Sache. Aber naja. Abbrechen. Und jetzt würde ich ein Recht auf Marsch machen, um schnell auf den Hügel zu kommen. Weil wir sind ja der Gegner so dahinter. Aber, gut. Achso. Bin schlafen. Wurde zu. Äh, brauchst du nicht. Da musst du lieber einen Neutralwinkel draus. Genau. Mikrofon aktiviert. Mikrofon mutiert. Manu, ich würde dich auch mal wieder führen. Ach Schmidt, das Fang, das brauchst du nicht. Immer eins gegen eins, ne? Juuu. Nur Tundeln, sonst kommen die ran. Perkert, Marsch, Charged. Oh, Ansupt. Links, push, links, push.